Hallo liebe Pfeifenfreunde auf YouTube, ich grüße die Community. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Pfeifenhalter in 3D mit grauem PLA drucken kann. Mein Anycubic X-Drucker ist schon voll am Arbeiten, das können wir gleich mal sehen. Ich drehe mal die Kamera um und da sieht man, hier ist schon wieder ein Pfeifenhalter im Entstehen. Ein paar Pfeifenhalter habe ich mir schon gemacht, die können wir uns jetzt hier im Schrank ansehen. Da sind schon ein paar Pfeifen und ein paar Pfeifenhalter. Da seht ihr mal eine Auswahl meiner schönsten Pfeifen. Stanville, Winslow, Frederiksen, Lorenzo und aus England. Es ist alles vertreten. Und so sehen dann die Pfeifenhalter aus. Auch weil jetzt passiert es. Das ist mein heutiger Neuzugang. Eine Portland Parkway, London made, eine Standpfeife und rustifiziert. Ein sehr schönes Exemplar aus England. Und hier haben wir noch eine Pfeife aus England. Das ist die 19-2, die Europ-Pipe als Billard-Pfeife. Ist auch frisch gekommen. So langsam wächst meine Pfeifensammlung. So, nach ca. einer Stunde ist der Pfeifenhalter fertig. Dankeschön. Printing done. Na dann wollen wir mal schauen. Jetzt haben wir wieder einen Pfeifenhalter mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Bewerten. Und vielen Dank fürs Abonnieren. Und denkt dran, rauchen gefährdet eure Gesundheit. Tschüss, bis bald.